Howdy, Leute! Weiter geht es mit Hiwi und Fiona. Ganz ohne Daniela, denn sie klebt da oben an einer Glasscherbe fest. Äh, egal. Komm, wir gehen jetzt weiter. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht nochmal ansprechen. Aber irgendwie kann es einfach gerade so in meinen Kopf. Hiwi, komm mit, mein Kleiner. Wir müssen noch ein tolles Abenteuer machen und so Dings, weißt du. Komm mit, komm mit, komm mit, mein Kleiner Sonnenschein. Was? Was habe ich für... Entschuldigung, es ist Freitag. Aber ich nehme übrigens gerade ganz kurzfristig auf. Ich habe den letzten Part für morgen aufgenommen, für den Samstag, weil ich keine Parts mehr hatte, weil ich nämlich voll lernen musste. Das wäre super scheiße gewesen. Aber jetzt kann ich ja wieder schön aufnehmen. Und wir können hier nach unten gehen und den Mars-Schlüssel benutzen. Richtig schönen Mars. Oh, ich liebe Mars. Ist besser als Snickers oder so. Wirklich das Beste. Und wenn ich jetzt irgendwas anderes sage, dann ist das halt so. Denn jeder hat seine eigene Meinung. Hm, 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 hm. So. Ähm, genau. Und dann bitte einmal hier den Mars-Schlüssel. Stahl-Schlüssel mit dem Symbol, ne, eingraviert. Das bedeutet Mars. Hm, lecker. Benutzt Mars-Schlüssel und Tür aufschließen. Äh, pfff, auftreten. Nicht aufschließen. So, hier drin kann man sich verstecken, das weiß ich. Ich bin ein kleiner Bösewicht, der unter einer Kante liegt. Guck mal, er legt sich neben uns und vibriert voll oder was auch immer zittert und der weiß voll auf Drogen. Er ist voll auf Drogen, mein kleiner Hund. Hier ist ja so ein He-Ha-Hie-Ha-Kno-Klo-Kliks. Gnom. Nennt sich Gnom, glaube ich. Und, ich habe gerade getreten. Ich habe Hibi. Ich habe Hibi. 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 Eigentlich soll er mir helfen. Eigentlich. Böse. Böser Hund. Du sollst mir eigentlich helfen. Ich habe gerade so mit auf alle Klasten. Ein Miasma von Schimmel und Korrosion weht aus dem Loch. Was? Okay. Okay. Ich bin halb blond. Entschuldigung. Ähm. Genau. Wir werden jetzt hier ein paar Sachen machen. Dann liegt was denn da? Schade drin. Was ist das bitte? Es ist einmal Magnesium. Ich habe irgendwie so gute Laune, aber es war Wochenendes. Ich freue mich voll. So. Ich gucke mal wieder nicht hin. Sollte ich echt nicht machen. Obwohl ich habe leicht Angst, dass ich überhaupt nichts hinbekomme. Ich habe Angst. Und ich habe nichts bekommen. Okay. Wie geht es euch denn so? Ich gucke irgendwie da immer nicht hin. Ist doch scheißegal. Egal, was ich tue. Denn ich bin ein kleiner Blödmann. Ja, nichts. Es ist leer. Oh Mann, es ist nämlich halt das Magist-Medallion. Jetzt möchte ich nicht nur... Danke. Danke. Der bekommt nicht immer was. Das ist das Schöne daran. So, wir haben Rubro-Medallion. Alter, ihr könnt mich alle mal. Oh, ich kriege doch eh nichts. Ich kriege doch eh nichts. Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Ich möchte irgendwas haben. Mann. Dann nehmen wir jetzt noch irgendwie das Magist-Medallion. Ja, ja. Ich liebe das so sehr, weil ich immer was bekomme. Nichts. 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 Ah. So, das Album Magist-Medallion. Komm schon. Komm schon. Ich glaube an dich. Schüttelst du die Kraft in dir, die dich weiter treibt. Und irgendwas in den restlichen Text kann ich gerade aus dem Kopf nicht so. Weil ich mich sehr dolle konzentriere, mich auf etwas Tolles zu bekommen. Nämlich Recreatio. Recreatio. Das neuste Eis. Und unsere Werbung. Es besteht aus Zimtstücken auf Ananas. Und ich hasse Ananas. Scheiß Stück. So müssen wir es leider wieder, ne? Muss werden. Silvester Eska. War schön. La 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 la. Schlümpfe. Wein in der Stein. So einen Scheiß möchte ich gar nicht haben. Die habe ich noch nie benutzt. Die brauche ich nicht. Obwohl, die kann man bestimmt voll gut benutzen, ne? Und ich mache das nicht durch die dumme Kuh. Was mache ich denn hier? Prima Magnesium. Klingt gut. Also dieses... Ja, das läuft gerade eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich habe mir so gedacht, ich könnte mir vielleicht mal was anderes herstellen. Also versteht ihr jetzt vielleicht nicht so sehr. Aber ich möchte mal neue Farben ausprobieren. Okay. Ja, Rot. Ich meinte, ihr seid ganz toll. Aber ich möchte mal neue Farben ausprobieren, wie gesagt. Dankeschön. Ich habe gesagt, nicht Rot. Ich meine, Rot war mal früher meine Lieblingsfarbe. Jetzt ist es aber nur noch Grün. Grün, Grün, Grün sind alle meine... Ne? Ja. Verrate ich nicht. So. Nimm mich überhaupt auf. Sieht gut aus. Sehr schön. Mein Stuhl macht immer wieder quietschende Geräusche. Denn ich habe immer wieder... Fiona. Wieso gehst du hier lang und grüßt nicht deinen Hund? Danke. Hallo, nackter Mann. Was ist mit dir? Warum stehst du hier immer so rum? Hast du welche Komplexe? Hallo. Was ist denn mit dir? Hallo. Hallo. Oh, cool. Warte. Jetzt, glaube ich, ne? Irgendwann schlägt da einen nämlich. Ja. Warte, 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 warte. Ich will jetzt mal geschlagen werden. Nein, falsche Taste. Ah. Eins. Zwei nach vier Mal. Vielleicht wird es immer weniger. Ich will den Hund treten. Oh, schlag mich. Schlag mich. Schlag mich. Boom. Alter. In your face. In die Ecke, bitch. Komm. Panik. 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 Tschüss. Oh Gott, mir geht es so schlecht. Aber nur, weil ich fremde Menschen schlage und die zurück schlagen muss, soll das? Eine Waage liegt in der Mitte des Korridors. Entschuldigung. Getreten. Eine Waage in einem Korridor. Nur eine weitere merkwürdige Begebenheit, die ich nicht einmal versuchen möchte zu erklären. Ja, vielleicht finden die das hübsch so. Und was soll das hier? Nix. Und was soll das hier? Was soll das hier? Was soll das, hä? Wo kommt das Licht her? Da, da liegt was. Du, 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 du. Ich habe gerade so gute Laune. Es tut mir leid. Vielleicht habt ihr schlechte Laune und habt keinen Bock auf jemanden, der gute Laune hat. Boah. Mal zur Zorzen, müsst ihr das hier ertragen. Außerdem macht das Video aus. Danke, Kevin. Die Tiers von anderen Seite abgesperrt. Oh, Mist. Oh nein, Kibbi, lauf. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Komm mit. Schnell. Wir müssen rechts rum. La, 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 la. Danke, Kevin. Wir müssen hier nach links, nach links, nach links. Wir gehen hier nach oben, nach oben, nach oben, oben. Warum habe ich gerade so Lust zu singen? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade schon wieder singen. Oh Mann. Das tut mir so leid. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Sieht ein bisschen vergammelt aus hier. Der Knopf ist verrottet. Ich kann die Tür so nicht öffnen. Oh nein. Die Tür ist vollständig durch und durch verrottet. Ein guter Tritt wird sie wahrscheinlich eintreten. Eintritt. Wow, wirklich nur Eintritt. Yes. Yes. Hier ist ein Gerät. Der Gerät. Oh Mann, nein. Zersetzer. Der anfängliche Schritt in diesem großen Prozess beginnt mit der Manipulation des Urchaos. Liefere die Prima Materie an den Extraktor und der Weg zum Gottesstein und alle deine Rechtschaffenheiten wird bekannt werden. Auf halbem Weg den heiligen Pfad hinunterkehre zu diesem Ort zurück, wenn das Ergebnis deines Wissens in Asche zerfällt. Denn der Mensch ist ein Team mit vielen Fehlern und glücklicherweise kann der Fehler wieder gut machen, als ist nicht alles verloren. Asche zockt Chaos. Chaos sagt Urleben. Wisse, dass der große Prozess immer hier beginnt. Ah. Vielen herzlichen Dank. Danke. Na, Hibi? Ähm, da ist ein Brief. Liebste Fiona. Ach, ich weiß. Äh, hallo. Da ist ein Brief, habe ich gesagt. Ein paar Notizen, die ich hingeschrieben worden. Ein Brief an Fiona. Dieses faule Biest eines Hundes. Das verdammte Biest ist davongelaufen mit der Prima Materia, die ich im Zersetzer gerade verehlen wollte. Ich hatte zahllose Stunden damit verbracht, um das verdammte Ding zu stabilisieren. Und dieser Köter rennt damit davon. Es gibt jedoch keinen Grund, herumzurellen und danach zu suchen. Natürlich ist es eine der Schlüsselzutaten für die Schaffung des Gottessteins. Aber ich habe wenig Verwendung für den Gottesstein, da ich bald eine wesentlich größere Macht in meine Hände bekommen werde. Ah, mein süßer, süßer Ezard. Du bist so prachtvoll. Ein wahres Meisterstück. Ich muss dich haben. Dieses höllische Warten wird allmählich ermüdend. Ein Hund? Vielleicht bezieht es sich auf Hiwi. Hiwi? Bist das aber du? Ähm, was ist mir das Gerät? Ein Gerät zur Analyse von Dingen. Naja, ich bin kein Spezieher. Also ist vieles von dem Zeug zu komplex für mich. Aber es scheint, als ob dieses Gerät irgendwie damit zu tun hat, dass der Raum zerfällt. Ah. Hiwi hat es gestohlen? Ich frage mich, ob er es im Garten oder so vergraben hat. Also Hiwi, du kannst ganz schön hinterhältig sein, wenn du willst. Nicht? Hinterhältig? Wie eine Bestie kann er drauf sein. Eine richtige Bestie. Was weißt du jetzt, glaube ich? Langsam schon. Hast du gesehen, wie er ein paar Menschen zerfleischt hat? Aber trotzdem vertraut man noch dem Tier. Naja, er versucht uns nur zu beschützen. Also ich weiß, du magst uns nicht, weil da eine böse Aura ist von diesem komischen Wesen. Aber was soll man tun? Wir gehen jetzt nämlich durch diese Tür hier. Hallo. Da oben ist so ein komisches... Was ist das denn da oben über die Tür? Über der Tür. Der, die das. Englisch lernen ist super. Der, die das. Die, die das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, ich habe es verstanden. Danke. Ja, das war ja gerade echt scheiße von mir. Ich bin eigentlich immer gerade ausgelaufen und dachte, das ist ja aber ein Schrank. Ich habe ganz vergessen, dass diese Dinger da rauskommen. Fuck um Mio. Egal. So. Wird geladen. Können wir vielleicht sagen, was das da drin ist? Das sieht voll schön aus. Klaus mir bitte. Irgendwie habe ich gerade... Was? Okay, ich schneide. So, Leute, weiter geht's. Gibi, komm. Nein, 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 nicht stehen bleiben. Einmal laufen. Die nach hinten schauen, sondern einfach gerade auslaufen. Gibi, greif an. Gibi, greif an. Danke. So, und wir laufen. Wir laufen jetzt mal woanders lang. Und zwar hier. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Hier sind ein paar Vasen. Okay, mach auf. Nein, Attacke. Verstecken. Nein, Gibi. Gibi, greif an. Gibi, komm, komm. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, was wir machen. Ich habe eine Idee, was wir machen. Gibi, greif an. Nein, ah, fuck. Ich hasse das. Fiona, hör auf. Und Gibi soll nicht einmal durch ihn durchspringen, sondern ihn richtig anspringen. Genau, danke. Jetzt gehen wir hier nämlich lang. Ja, komm, heul, heul, heul. Irgendwie zu scheiße. Oh nein, wie traurig. So, wir werden jetzt nämlich einmal noch beschäftigt. Sehr schön. Hier ist noch ein Spiegel gewesen, wusste ich jetzt nicht. Ach, natürlich. Doch, doch, doch. Wir gehen jetzt hier nach oben lang. Müsst du ein bisschen machen. Genau, wir gehen jetzt oben. Hier rein. Mach die Tür auf. Warum ist die Tür zu? Weiß ich nicht. So, machen wir das andere einmal hier. Das geht nämlich, glaube ich, auch mit ihm. Ich glaube, es geht auch. Fiona. So, hier. Fiona, geh da hin. Dankeschön. Danke. Ich glaube, es geht auch mit ihm. Ja, richtig schön weggeätzt. Richtig schön weggeätzt. Äh, wartet, wartet. Wartet, wartet, wartet. Oh, bin ich doof. Ich gehe einfach die falsche Seite. Ist egal. Ähm, wo Rekord mir sagt, dass ich ihm beschloss bin, so bin ich nicht dumm. Ja, das hat mich schon. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Neues. So, jetzt haben wir auf jeden Fall los. Müssen weggeätzt auf jeden Fall. Finde ich schön. Ähm, weil ich ja jetzt gestorben bin, habe ich die ganzen Items nicht, die ich gemacht habe. Das heißt, auch neue Chance, neues Glück. Und ja, dann mache ich aber den nächsten Part, weil ich habe jetzt nämlich überhaupt gar keine Lust, irgendwas zu machen. Und wir merken schon, Ricardo ist noch gefährlicher. Er hat nämlich eine richtige Würfe. Das ist nicht schön. Ich werde jetzt ausmachen und speichern. Das werde ich tun. Weil ich doof bin. La, la, la. Ähm, so. Alles klar, ich bin ein Bärchen. Nein. Was lauere ich eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen aber zu diesem Speicherpunkt, denn wir machen jetzt hier aus. Ja, also wir sehen uns im nächsten Part, liebe Leute. Haut rein. Und ciao.